Bär! Quassel, Quallenquast, was ist das für ein Gestank? Ähm, der Entdecker? Tja, und so hatte ich meine Identität wieder. Die Geschichte war doch spannend, oder? Wenigstens hast du elf Minuten totgeschlagen. Danke, äh, Betty? Was? Achso, nein, ich bin nicht Betty. Ich trag nur ihre Uniform, weil meine in der Reinigung ist.